Musik Wir wollen euch heute eine Geschichte erzählen, die der Dichter Friedrich Wolf vor ungefähr 80 Jahren für die kleinen wie für die großen Leute aufgeschrieben hat. Sie führt uns in eine mittelgroße Stadt und es spielen mit der Opernsänger Luitpold Löwenhaupt, seine Frau Mathilde Löwenhaupt, die Kinder Elli, Gerda, Peterle und die Haushälterin, die der Mutter in der Wirtschaft hilft, Therese. Die Hauptperson in unserer Erzählung aber ist... Die Weihnachtsgans Auguste Der Opernsänger Luitpold Löwenhaupt hatte bereits vorsorglich im November eine 5 Kilo schwere Gans gekauft. Eine Weihnachtsgans. Dieser respektable Vogel sollte den Festtisch verschönern. Gewiss, es waren schwere Zeiten. Aber etwas muss man doch fürs Herze tun. Bei diesem Satz, den Vater Löwenhaupt mit seiner tiefen Stimme mehrmals vor sich hinsprach, mit diesem Satz meinte der Sänger im Grunde etwas anderes. Während er mit kräftigen Händen die Gans an sich drückte, verspürte er sogleich den Duft von Rotkraut und Äpfeln in der Nase. Und wieder murmelte er den Satz durch den nebligen Novembertag. Aber etwas muss man doch fürs Herze tun. Jawohl, etwas muss man tun. Ein Hausvater, der eigenmächtig etwas für den Haushalt eingekauft hat, verliert, sobald er sich seiner Wohnung nähert, mehr und mehr den Mut. Er ist zu Hause schutzlos den Vorwürfen und dem Hohn seiner Hausgenossen preisgegeben, da er bestimmt unrichtig und zu teuer gekauft hat. Aber schlecht, etwas muss man doch fürs Herze tun. Das muss man tun. Jawohl. Der Vati kommt, der Vati kommt. Vati! Haha, da bin ich ja. Langsam, langsam. Lasst mich erstmal durch die Tür. Vati, Vati! Peterle, du wirfst mich ja um. Was hast du denn da unter dem Arm? Unter dem Tuch da? Ein Weihnachtsgeschenk. Für mich? Nein, Peterle. Oder doch? Natürlich, es ist für uns alle. Zeig uns doch. Bitte, Vati. Ich weiß nicht. Ich will doch erst Mutter. Das ist ja eine Gans. Eine lebendige. Mutti, Therese, komm schnell. Ihr werdet staunen, was der Vati mitgebracht hat. Luitpold. Oh, Mathilde. Ich dachte, wenn wir nun fürs Fest. Ich habe schon die Weihnachtsgans gekauft. Schließlich muss man doch etwas fürs Herze tun. Du meinst für den Magen, Luitpold. Na, zeig sie mal her. Hm, das ist ja eine ... Eine sehr schöne Gans. Sie war auch nicht billig. Aber ich dachte, jetzt hat man noch die Auswahl. Freilich, wie ein Schwan sieht sie nicht aus. Wie die aus Lohmgrin? Lass solche Späße, Gerda. Ja? Das ist bei einer Weihnachtsgans auch nicht vonnöten, denke ich. Mathilde? Aber Luitpold, ich sag doch gar nichts gegen deine Gans. Sie ist prächtig, fett und schwer. Na also ... Was für schöne weiße Federn sie hat. Da haben sie wirklich gut gekauft, Herr Opernsänger. Ha! Wenn das unsere allerbeste Küchenfee sagt, dann muss es ja stimmen. Sie sind also wirklich zufrieden, Therese? Sehr. Nur, wo sollen wir das Tier bis zum Fest lassen? Ich meine, es kann doch nicht in der Wohnung herumlaufen. Warum denn nicht? Aber, aber. Die Teppiche, die Sessel. Wir sind nicht darauf eingerichtet. Die Gans braucht Wasser. Sie kommt ins Badezimmer. Da kann sie in der Wanne schwimmen. Und im Kinderzimmer liegt kein Teppich. Da kann sie mit uns spielen. Aber ausgeschlossen. Dann wiegt sie ja zum Fest nicht mehr als ein Sperrling. Mathilde! Die Gans kommt in den Kartoffelkeller. Dort ist es warm. Wir werden ihr eine Kiste mit Stroh zurechtmachen und jeden Tag dürft ihr Kinder sie eine Stunde im Garten draußen hüten. So, und jetzt wird gegessen. Denn die Suppe wird sonst kalt. Bitte! So war das Glück allgemein. Anfangs befolgten die Kinder genau die Anweisungen der Eltern. Eines Abends aber begann das vierjährige Peterle in seinem Bettchen zu klagen, dass Gustie, man hatte die Gans aus einem nicht erfindbaren Grund Auguste genannt, bestimmt im Keller friere. Seine Schwester Elli, der man im Schlafzimmer die Aufsicht über die beiden jüngeren Geschwister übertragen hatte, suchte das Brüderchen zu beruhigen. Sieh mal, Peterle. Auguste hat viele Federn. Die plustert sie auf wie eine Decke. Warum plustert sie die Federn auf? Ich sagte doch, dass die Federn dann wie eine Decke sind. Warum braucht Gustie eine Decke? Weil sie dann nicht friert, du dummer Jan. Es ist also doch kalt im Keller. Es ist kalt im Keller. Gustie friert. Sie soll aber nicht frieren. Die Gustie soll nicht frieren. Nein, sie soll nicht. Wo willst du denn hin, Peterle? Gustie holen. Das geht doch nicht. Das geht wohl. Komm, Peterle, wir holen Gustie herauf. Hier geblieben. Nein. Nein. Was ist denn hier los? Ins Bett, Peterle. Du wirst dich erkälten. Gustie auch. Gustie friert im Keller. Jawohl. Aber nein. Gänse haben viele Federn. Die sind warm wie dein Bettchen. Habe ich auch schon gesagt, siehste. Und jetzt schlaft ihr schön, nicht wahr? Genau wie Auguste, die warm und weich in ihrer Kiste liegt. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Und Gustie friert doch. Doch. Diese Nacht ging ohne weiteren Zwischenfall vorüber. Aber am nächsten Tag hatten sich Gerda und Peterle verständigt. Abwechselnd blieb immer einer der beiden wach und weckte den anderen. Als nun die ältere Schwester Elli schlief und alles im Haus still schien, schlichen die beiden auf nackten Zehenspitzen in den Keller, holten die ganz Auguste aus ihrer Kiste und trugen sie leise hinauf in ihr Zimmer. Bisher war Gustie sehr verschlafen gewesen und hatte nur leise geschnattert. Lade mich in Ruhe. Lade mich in Ruhe. Aber plötzlich fing sie an, laut zu schreien. Die kleine Gerda hatte in ihrem Schreck die Gans losgelassen und jetzt flatterte und schnatterte Auguste im Treppenhaus herum. Die Mutter kam hervorgestürzt. Therese, Elli. Gut, dass der Vater noch nicht zu Hause war. Bei der einsetzenden Jagd durch den Hausflur verlor Auguste, bis man sie gefangen hatte, eine Anzahl Federn. Die atemlose Therese schlug sie in eine Decke, woraus sie nunmehr ununterbrochen schimpfte. Lade mich in Ruhe. Lade mich in Ruhe. Ich will in mein Truhe. Ich will in mein Truhe. Und dann begann auch noch das Peterle zu jammern. Ich will Gustie haben. Gustie soll bei mir schlafen. Aber das geht doch nicht, mein Kerlchen. Gustie muss in ihre Kiste, in den Kartoffelkeller. Warum? Weil eine Gans nicht im Bett schlafen kann. Warum nicht? Im Bett schlafen nur Menschen. Und nun sei still und mach die Augen zu. Warum schlafen nur Menschen im Bett? Gustie friert. Gustie soll bei mir schlafen. Gustie friert doch. Der Junge wird uns noch krank vor Aufregung. Sie sollten ihm den Willen lassen, Frau Löwenhaupt. Wirklich. Er hat schon Fieber. Aber Therese, die Gans hier im Kinderzimmer, sie wird alles schmutzig machen. Ich bring das schon wieder in Ordnung. Das Junkchen ist nicht anders zu beruhigen. Na gut, dann holen wir eben die Kiste aus dem Kartoffelkeller. Als sie dann neben Peterles Bett stand, war Ruhe im Kinderzimmer eingekehrt. Und siehe da, während Auguste noch im Stroh vor sich hin schnatterte, Lott man gut sind, Lott man gut sind. Hauptsache, dass ich immer in Troo bin. Schliefen auch das Peterle und seine Geschwister ein.